Kapitel 23 Zwischenspiel Severus Der Vampir und Tränkemeister fühlte sich teilweise wie ein Tierhüter in der Horde wild gewordener junger Männer. Die Hormone spielten bei dem einen oder anderen verrückt. Harry und Draco wollten sich sowieso immer verkriechen, was natürlich der Wieler in Harry entsprang. Blaze und Seamus konnten ihre wiedergefundene Liebe nicht deutlicher zeigen. Lucifer und Fawkes waren irgendwie auch ein Paar, aber eben abgeklärter, weil sie sich schon so lange kannten. Devon war jenseits von allem. Als Heiler hatte er kein Interesse an Bindungen, sondern gab sich ganz seiner Berufung hin. Und er? Fühlte er sich berufen, als ewiger Tränkemeister, als Fledermaus sein Dasein zu fristen? Dabei war sein Aussehen eh nur eine Maske. Das Einzige, was er zuließ, war, dass man in seinem Gesicht die wahren Regungen sah. Sein Alter hat er magisch angepasst und sich die Falten hinzugezaubert. Er hätte mit Sicherheit gerne jemanden an seiner Seite. Doch die meisten Männer, die er kannte? Es war eben nie jemand dabei gewesen. Also saß er in der Bibliothek und las ein Buch. Hier gab es so viele interessante Literatur, die ihn immer wieder verführte, stundenlang zu sitzen und zu schmökern. Er hörte die Türe, schaute kurz auf und Neville kam in den Raum. Er nickte ihm kurz zu und versank wieder in dem Buch vor ihm. Er hörte, wie Neville sich mit der Leiter an den Regalen zu schaffen machte und nach einer gewissen Zeit, in der er immer wieder Rascheln und leichte Flüche hörte, gab es einen fürchterlichen Krach. Severus fuhr auf und sah Neville im hinteren Teil der Bibliothek unter einem großen Stapel Bücher sitzen. Diese hatten ihn halb zugedeckt und nur der Oberkörper ragte noch aus dem Berg heraus. Er stand auf, trat schnell hinzu und überprüfte, ob der junge Mann Verletzungen hatte, als er dessen Stimme hörte. Bei Merlins Brustwarzenpiercing, jetzt tut mir der Arsch weh, dabei habe ich noch gar keinen Freund. Als Severus laut lachen musste, schaute Neville auf und wurde schlagartig rot, da er erkannte, warum Severus lachte. Äh, Prof, Severus, tut mir leid. Was, Neville, dass du die Bücherei in Schutt und Asche legst oder dass du gefallen bist oder dass dir der Hintern weh tut. Oder, hör auf, Severus, hör auf, Severus, lachte nun auch Neville. Der Tränkemeister half ihm hoch und hielt die Hand ein wenig zu lange in seiner. Neville wurde verlegen. Komm, setz dich erstmal und erzähl mir, was du suchst. Ich habe einen guten Rotwein hier. Und falls du nicht sitzen kannst, kann ich dir auch einen Trank geben. Oder ein Kissen zum Draufsetzen. Neville schaute betreten in das Gesicht von Severus. Dieses zuckte und dann konnte sich der so Angeschaute nicht zurückhalten und lachte wieder laut auf. Entschuldigung, Severus, aber ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass du lachen kannst und so ganz anders bist als früher in der Schule. Das in der Schule war meine Lehrermaske. Das Lachen bin ich. Und der Rest bist du nicht? Was bist du denn dann? Fragte Neville hastig. Severus reichte dem Jungen das Weinglas und setzte sich. Du bist ein verdammt guter Zuhörer und Beobachter. Danke, und der Wein ist sehr gut. Ein wenig viel Termin für meinen Geschmack, aber die Pfirsichnote macht sich gut mit dem leichten Muskatgeschmack. Neville, du überraschst mich jetzt echt. Du schmeckst das alles? Ja, was glaubst du, warum die mich Waldgeist nennen? Die wussten damals nicht, dass ich ein Elf bin. Du bist ein Elf? Das hat mir noch keiner gesagt. Oh, du warst doch bei meiner Rekrutierung dabei. Ja, aber ich habe mich mit deiner Großmutter unterhalten. Ach, dann hat die Gute mal wieder ihren Zauber gewirkt. Sie hat immer alle geblendet, die wussten, was wir waren. Das ist so in ihr Ton übergegangen, dass sie gar nicht mehr daran denkt. Also Severus. Damit stand Neville auf, machte eine leichte Verbeugung. Ich bin Neville Aturion Longbottom Belana, halb elf aus dem Hohen Haus. Und Neville stand plötzlich da, mit einem sanften Gesicht, längeren Haaren, spitzen Ohren und unergründlichen Augen. Und was bist du wirklich, Severus? Du bist kein Mensch, das spürte ich schon in der Schule. Aber was für ein magisches Wesen du bist, weiß ich nicht. Severus war nicht überrascht, da Elfen andere magische Wesen an ihrer Aura spürten. Bevor ich es dir sage, dann wusstest du doch auch von Harry und Draco. Bei Draco war ich mir nie so ganz sicher, weil er ja auch in einem fremden Haus war und wir nicht wirklich viel Unterricht zusammen hatten. Bei Harry ist mir immer nur die Wähler aufgefallen. Ich habe dann auch nicht weiter in mich gehört, weil es mir reichte. Auch wenn ich tatsächlich überrascht bin, wer Harrys Partner ist. Aber es scheint zu passen, wenn ich die beiden nachts aus ihrem Zimmer höre. Lächelte er. Der Schweigezauber wirkt bei mir nicht, ich höre es immer. Blaze, wenn er immer heiserer wird, wenn er Seamus schreit. Lucifer und Forks lieben sich leiser, aber nicht weniger heftig. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Severus stand auf, lächelte Neville an und ließ seine Masken fallen. Neville sah einen optisch ca. 25 Jahre alten Mann vor sich stehen. Haare bis auf halbe Rückenlänge, schwarz mit silbernen Strähnen. Ein nach wie vor männliches Gesicht, allerdings ohne die typische Hakennase von Snape. Die obsidianfarbenen Augen waren geblieben, als er die Stimme von Severus hörte. Mein Name ist Severus Salazar Slytherin. Ich bin ein geborener Vampir und mein Vater ist einer der Gründer von Hogwarts. Er lächelte und Neville sah die typischen Eckzähne. Neville lächelte. Es freut mich endlich, den richtigen Severus zu sehen. Gefällt mir besser, vor allem ohne die Nase. Mr. Longbottom, 20 Punkte Abzug für Gryffindor. Schnarrte Snape und lachte dabei. Neville lachte ebenfalls und die beiden fingen an, sich zu unterhalten. Über Tränke, Pflanzenkunde, Magie. Sie wirkten so entspannt und Severus hatte selten einen angenehmeren Gesprächspartner gesehen. Als sie sich gegen Abend auf den Weg zum Essen machten, berührten sich kurz vor der Türe ihre Hände und Neville senkte den Blick und wurde leicht rot. Doch Severus war das aus den Augenwinkeln aufgefallen. Er lächelte leicht. Er müsste auf den Elfen wohl aufpassen, denn dieser war wirklich interessant. Sehr interessant sogar. Sie trafen sich alle im Speisesaal und wie immer war es ein angenehmes Essen. Es wurde geredet und gelacht und Harry fiel immer wieder der Blick von Severus in Richtung Neville auf. Diese hatten beide ihre Illusion wieder über sich gelegt, aber die Blicke sprachen Bände. Harry stupste Draco an und sagte diesem Mental, was er dachte. Harry, warum nicht? Neville ist doch süß und Severus kann doch auch wen gebrauchen. Und Neville ist Elf, Seth Vampir, beides magische Wesen. Harry blickte neugierig zwischen den beiden hin und her. Neville lächelte immer schwach, wenn sich die Blicke der beiden trafen. Das würde auf jeden Fall noch interessant werden. Severus hatte von den Blicken nichts mitbekommen. Er hatte nur Augen für den jungen Elfen. Er überlegte die ganze Zeit, was ihn an diesem so fasziniert. Neville war kein Kind mehr, aber er war schon über 274 Jahre alt. Als sie sich verabschiedeten, um ins Bett zu gehen, alle ihre Wege gegangen waren, gingen nur noch Neville und Severus durch die Gänge. Die Gästezimmer der beiden lagen dicht beieinander. Und als Severus an seiner Tür ankam, schaute er auf den kleineren Elfen. Danke für den Nachmittag und den schönen Abend, Neville. Das sollten wir wiederholen. Neville lächelte Severus an. Gerne, Seth. Dann streckte er sich und gab ihn einen flüchtigen Kuss auf die Wange, drehte sich um und ging schnellen Schrittes um die nächste Ecke. Der so belohnte stand perplex vor seiner Zimmertür und hielt sich die Wange dort, wo eben noch die weichen Lippen gewesen waren. Er lächelte leicht und ging beschwingt in sein Zimmer. Es hatte doch was Gutes gehabt, dass Neville sich unter den Büchern begraben hatte. Ende Kapitel 23 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11